Hallo! Ich bin Clariel. Ich bin Elisa. Und heute machen wir eine ganz tolle Milchshake-Challenge. Also, wir haben hier immer drei verschiedene Sachen. Okay, Elisa, auch gut zu hören, okay? Okay. Und dann nimmt derjenige das und dann sagt er fertig. Und der andere versucht dann zu erraten, was der andere genommen hat. Hast du es verstanden, Elisa? Ja, hatte ich. Okay. Jetzt machen wir erstmal Xing-Chan-Chan, wer anfängt. Xing-Chan-Chan! Oh, Elisa, leider verloren, okay? Aber du kannst nicht so. Okay. Elisa, nicht. Ich muss gucken, ich nehme ein... Elisa, du bist dran. Zeigen. Super, Elisa! Elisa hat schon mal einen Punkt. Und wenn du einen Punkt hast? Bestimmt kriege ich auch noch einen Punkt. Ich helfe dir gleich. Ja! Schwer! Ich kann das schon reinschalten. Mmh. Ganz früh. Mmh, ein frisch nach Schokolade. Mein auch. Das ist auch vergleichbar. Elisa, bist du fertig? Ja! Okay. Dann geht es jetzt zur... Nächste Runde! Nächste Runde! Wir haben mal Süßigkeiten. Und was sind das für Süßigkeiten, Elisa? Was sind das hier? Schlangen. Ja, so Schlangen. Mit richtig viel Zucker. Das ist richtig lecker. Und das ist Pferdrund. Das sind Einhorn-Naschis. Und das ist Teddybärs. Ja. Cola-Flasche heißt das. Okay, Elisa? Cola-Flasche mit Teddybär drinne. Na ja. Hier ist das Teddybär. Aber in den Cola-Flaschen ist für mich nur Cola. Also nicht echt. Elisa, jetzt musst du hier was aussuchen, okay? Und ich darf nicht gucken. Hm, das. Hm. Lisa, bist du fertig? Ja. Hm. Elisa mag ja... Das hat sie noch nicht so richtig gegessen. Das hat sie noch gar nicht gegessen. Aber die liebt sie. Die sind super schlank. Deswegen nehme ich die. Elisa zeigen. Ja! Uh! Ich hätte das gleiche. Elisa, jetzt haben wir beide einguckt. Oh nein! Die versinken. Oh nein! Meine sind schon weg. Okay. Elisa, bist du fertig? Hm. Okay, dann nächste Runde. Nächste Runde! Ich bin dran. Hier haben wir leckere Pflaumen. Hm. Und hier eine Banane. Hm. Und hier Datteln. Ja. Wollen wir mal eine probieren, Elisa? Nein. Ich probiere mal eine. Ich war gar nicht so schlecht. Hm. Ich probiere auch mal. Hey! Ja. Mir schmeckt sie nicht. Also... Hm. Nein. Das ist nichts für mich. Okay. Los geht's. Ähm. Ich nehme... Elisa, nicht gucken. Nicht gucken, Elisa. Elisa, du bist dran. Okay. Ich nehme... Was nimmt Clara? Die... Die so wahrscheinlich... Nein. Das ist nichts für Clara. Nein. Hast du es hier, Elisa? Was nimmst du? So, darf ich nicht sagen. Okay, zeigen. Oh, Elisa, leider falsch. Ich habe leider die Pfleumen. Ich habe auch gerade eben gesagt. Das ist nichts für mich. Fein. 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 Und ham. Hm. Machst du die? Hm. Lecker. Okay, Elisa, bist du bereit? Hm. Nächste Runde. Okay, das geht auch. Ich bin dran. Okay. Was nimmst du, Elisa? Aber ganz still. Oh, Elisa, wir müssen erst mal noch zeigen, was wir haben. Ach so. Also, hier sind so Nashi's mit Minze. Ja, und das sind Kaugummi's. Und Schoko. Das sind keine Kaugummi's. Aber ich finde sie nicht so lecker. Also... Ich auch nicht so lecker. Elisa, du hast die noch nie probiert. Ja, weiß ich nicht. Und das sind... Weißt du, was das hier ist, Elisa? Nein. Das sind M&M's. Die sind richtig beliebt. Also, ich kenne sie. Und hier sind gepannte Mandeln. Ja. Okay, Elisa, jetzt kannst du dir was ausrufen. Ich nehme das. Okay. Jetzt bist du dran. Was knistert das? Hm. Ich nehme das hier. Zeigen. Oh, nein. Ich habe leider das Falsche. Dann, dann, dann. Da, dann. Hm. Hm. Schmeckt auch lecker. Bist du fertig, Elisa? Ich bin. Okay. Dann nächste Runde. Jetzt bin ich dran. Okay, hier haben wir einmal Knobbaas. Das ist hier Loka. Hm. Und das hier Hanuta. Ja, Hanuta. Okay, Elisa. Nicht gucken. Okay. Okay. Elisa, du bist. Schme, 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 schme. Schme. Oh, Elisa, like a fudge. Hi, Falsche. Machst du Hilfe, Elisa? So. Fertig. Okay. Nächste Runde. Ich bin dran. Okay, Elisa. Ähm. Hier haben wir Marshmallow-Soße, okay, Elisa? Marshmallow. Genau. Die wurde aus Marshmallows gemacht. Und hier eine Erdnussbutter-Soße. Und das mag ich am liebsten. Erdnussbutter. Und hier so eine Kokosmilch. Ja. Weiß ich nicht, was das ist. Weiß ich auch nicht. Okay, Elisa. Du darfst dir jetzt was aussuchen, okay? Mhm. Bist du jetzt fertig? Ja. Okay. Zeigen. Oh, ich hab das Falsche. Aber ich mag das am liebsten. Okay. Okay. Elisa. Hier ist ein Löffel. Kann ich sein. Weißt du? Mit, mit, mit Butter kann ich schon nichts zu tun. Hm. Hey, wieso kann man immer das aufschwellen? Okay. Ein Löffel in den Schokolade. Weißt du, diese schmeckt am besten. Ich will nur meine Marshmallow-Soße am besten. Okay. Elisa, bist du fertig? Nein. Das war die letzte Runde. Jetzt geht's ans Mixen. Clara? Ja? Kann ich zuerst den Milchshake da rein tun? Okay. Ich mach das lieber, okay? Hm. So. Zufrieden, Elisa? Hm-hm. Okay. So. Und jetzt... ...und... Okay. So. Lisa, noch nicht trinken, okay? Elisa, erst bin ich dran noch, okay? Erstmal müssen wir das hier auspüllen. Ja, jetzt bin ich dran. Mhm. Boah, Deiner ist ja groß. Ja, viel ist. Ich sag Stopp. Ich glaub, das reicht. Deiner sieht ein bisschen lecker aus. Beide sehen lecker aus. Deiner ist nur ein bisschen heller. So, jetzt probieren wir es, okay? Mhm. Meiner schmeckt... Meiner schmeckt am besten lecker. Meiner schmeckt irgendwie nach so einem Müsli, finde ich. Möchtest du mal mal trinken? Mhm. Geht ganz. Elisa, Deiner ist schonmal richtig lecker finde ich. Okay, habe ich das richtig gut gemacht? Ja. Ja. Also ich finde irgendwie, dass Elisa richtig gut schmeckt. Elisa, wen findest du als am besten? Meins. War doch klar. Damit verabschieden wir uns und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ich muss auch Tschüss sagen. Tschüss.